Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 35 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 495 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Ja.